Der 8-teilige Torx-Winkelstift-Schlüsselsatz umfasst die Größen T10 bis T50 und wird in einem praktischen Aufbewahrungshalter geliefert. Die Schlüssel im Satz kommen alle in der langen Ausführung, sind durchgehend gehärtet, haben das Torx-Profil auf der kurzen als auch auf der langen Seite und der Halter kann zusätzlich noch als T-Griff verwendet werden.